um die LB 16 giftkammer hat kann gerade vorwärtser jetzt allerdings denn ich will man sich heute über das erbrechen ich will und auch mal kann sagen zuletzt Träger checker Prozent habe ich ja ich habe jetzt etwas überwacht ich bin ich auch gut wo geht es nach unten noch 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 aber wir haben schon fast unseren Rekord gebraucht war schon gar nicht schlecht alles klar also Prozent ich habe jetzt immer noch nicht dritten Kristall hier das das ist nicht stören das mache ich dann noch später da habe ich jetzt einfach noch keinen Bock zu jetzt gibt es mal Giftskanal Kanonade ich bin mal sehr gespannt was das wieder für ein Level ist oh mein Gott was ist das denn das sieht nicht freundlich aus das sieht überhaupt nicht freundlich aus Prozent je wieder sind Tatschleppel nicht so gerne weil ich auch noch kommentieren muss dann muss ich halt immer so aufs Gamepad schauen das ist halt nicht so geil aber das macht nichts ich denke mal dass ich erstmal so machen muss da 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 kann man ja dann jetzt zurück und vielleicht muss man so machen aber nur vielleicht denn ansonsten würde ich halt tatsächlich muss so machen okay also man muss hier wirklich aufpassen es dauert immer gefahren überall so was mache ich denn ach genau jetzt kann man hier hin doch da wurde schon die erste die erste die erste so wird von diesen blöden äh wie hießen die nochmal die blöden Viechern da ich hab jetzt mir hab jetzt gerade den Namen vergessen das tut mir leid muss ich mir aber leider auch manchmal ich sehe es gerade je mini das Land hat in sich also ich muss man halt genau aufpassen aber versuchen wir jetzt mal durch alle Doppelkirchen zu bekommen ansonsten oder das war das Schatz das ist das wie es geht was mit Tippstein so das ist zumindest ziemlich gut anbieten versteht weiter das macht den Tendenz gehen so es ist erst mal hier warte das überkommen das war ein ungewollt knapp war das alles klar so gleich wieder gehen das so doch so er ist so dass wir nicht so da hier am Start 3 und letzten deswegen können wir uns hier sogar noch ein Treffer erlauben müssen wir aber natürlich auch nicht hätte ich mal meine Klappe gehalten dann wäre jetzt sowas nicht passiert schade aber ich denke mal wir müssen was soll ich denn da machen ach da hinten mal noch boah das ist so schwierig das ist richtig scheiße das Level das ist ultra scheiße man Gott sagt sich aufs Fälschung wieder so ein Top Detlein glücklicherweise hier nicht glücklicherweise ich bin jetzt erstmal den damit ich das jetzt mal an dann direkt zurück dann da rein und den Fehler mache ich nicht kein richtigen Sound so scheiße gern bis hin es ist so ich halte nicht alles im Anliegen und Kameran ist hier überhaupt das ist also ich denke mal ich gehe es einfach mal ganz heran es ist perfekt und steht alle vier ich habe gerade von ihm mindestens 5.000 dachte ich verliebe ich das war es gar nicht da da das war jetzt gar nicht bevor ich jetzt hier noch eine verliere bestimmt die aufgabe dass man alle vier Toads alle vier Toadettes zum Stern bringt wenn nicht dann ist es halt was mit Tippstein Haiaaa ich dachte es mir schon geil man das war gar nicht so schwierig das Level im Gegensatz zu manchen gut über den Hohexpress hat sich auch schon viel anspruchsvoller an dessen liegen spielen wir es ja auch okay achten je was ist das denn oh ne Scheiße diese blöden Plagegeister der Jack der kann mir was der kann mir was gerade gesehen hat boom boom oh ja perfekt perfekt das war richtig gut sehr gut war das so schnell hier weg bevor die hat ja das hat sich ja sowieso jetzt ehrlich stopp die wollen wir erstmal ein bisschen blenden da kommen die Dorn und auch es geht alles klar was haben wir hier okay das kann man schon mal hinter uns lassen da haben wir hier noch jede Menge sachen wie zum Beispiel 2 Juli das nicht recht heißt das ist nämlich so weit ist es so dummer Spaß auch ich könnte ja erleben okay muss ich aber nicht denn ich habe sie noch keine Hände bekommen oh das wird knapp das wird richtig scheiße knapp oh je oh je und was ist hier okay hier kommt einfach durch was ist da Münzen Münzen ich kann Zeit jetzt oh Leute doch nicht 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 Alter das ist ganz schön knapp das ist ganz schön knapp das ist ganz schön knapp WTF was ist denn das oh Gott oh Gott lass mich vorbei hier Plagegeister ihr seid auch dumm oh Junge nicht witzig und was braucht man denn hier jetzt muss ich hier muss hier irgendwie irgendwie hinkommen warte mal das wäre richtig krass wenn man die jetzt dafür benötigt das wäre zu krank das würde ich ja selbst Nintendo nicht zutrauen ne das war Quatsch hä aber wie soll man denn sonst da rankommen ich meine hier ist kein Zeichen von irgend so nem hier ist kein Zeichen von irgendwas ich glaube ich habe eine Vermutung ne kann nicht sein ne also das verstehe ich nicht wie man jetzt darüber kommen soll das ist mir nicht bewusst ne das ist das ist unmöglich das ist einfach unmöglich das funktioniert nicht das ist schon ein Stern ja komm ich vielleicht hier noch an irgend so nem Ding um da ranzukommen vielleicht ja vielleicht nein äh auf jeden Fall glaube ich nicht dass wir ähm was geiler Back die Vögel die fliegen natürlich immer noch uns hinterher das ist sehr logisch Nintendo keine Ahnung ich werde mich damit dann mal später auseinandersetzen wenn man das macht also ich werde dann mal probieren müssen wie das geht ähm ich habe eine Vermutung ich habe eine dreiste Vermutung ich habe eine Vermutung eine Vermutung eine Vermutung wo ich hoffe dass das nicht wahr wird aber es könnte tatsächlich der Fall sein also kommen ja wie es ist das sind solche Drecksvögel gewesen ich habe mich nicht gesehen hey wie soll man das denn machen hey das ist doch total Alter stimmt was gibt ja bei der Checkpoint in dem Spiel auch was ne Scheiße Alter das ist über richtig mies oh Gott oh Gott oh bitte oh das ist immer so knapp am besten das habe ich verkommen das habe ich verschissen das habe mich richtig schön verschissen boah aber gerade so gerettet gerade so durchgelackt wie soll man das denn bekommen waren warte mal können diese Vögel das vielleicht zerstören das wäre eine Vermutung wert das ist also ein dummer Spaß können diese Vögel diese Blöcke zerstören wäre eine gute Vermutung werden weil wenn ja dann dann haben wir eine Erklärung das ist ja direkt schon hier erstmal alle diese diese dumme Viecher die sind nämlich echt superlässig man superlässig oh man kann aber egal hier ist auch gar keine Vögel das muss einen anderen muss eine andere Lösung geben hey wieso man das denn bitte machen wie man ich hab keine Ahnung wie können diese Teile das vielleicht zertrampeln das ist aber auch keine Lösung hey weh tef keine Ahnung wo wir das machen wie zum Fick muss man das machen ach ich verstehe es nicht okay probieren wir mal die Methode die ich meinte die er gut sein könnte nee das ist nicht die Methode man muss halt schnell zurückrennen und dann an die Leiter aber das geht ja nicht das ist ja unmöglich man viel zu möglich man nur scheiße abgefuckt abgefuckt ich weiß hab absolut keine Ahnung wer da jetzt rankommt tut mir leid also ich hab keine Ahnung keine Ahnung wie wer es wahrscheinlich auch nicht haben die Ahnung wir schauen mal komm geht geht down geht down geht alles down perfekt man wie denn das ist möglich man so ne scheiße ey ne das geht das geht das geht schon besser aus würde ich mal so behaupten so du lässt mich mal wieder schnell vorbei hier sind ja nur Münzen drin deswegen verstehe ich das nicht mal irgendwo muss es hier irgendwo muss es hier ich will es nicht sterben Mann jetzt mach doch alles jetzt zieh ich mir leider ein ab da kann ich nix für du musst hier verstecken scheiß geben irgendwo keine Ahnung wo aber irgendwo musst du an also ihr wisst von sprechen von einem äh wie heißt es nochmal von einem einem hammer mäßigen hammer mäßiger hammer mäßiger hammer am Stuart hammer mäßig du ey fuck jetzt bin ich auch noch gestorben das geht gut aus aber der Part ist ganz gut losgegangen aber jetzt entwickelt er sich jetzt zu absoluten katastrophen hier bleibt alles schön wir stehen hier gerade äh aber na komm geht down WTF 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 was soll das was soll das hab ich gefragt ey man die sind nicht down gegangen das ist doch scheiße das ist richtig beschissen bringt doch alles nix hier bringt doch alles überhaupt nix ja perfekte scheiße Mann wieso ist 74 gestellt Mann jetzt ist es wieder so leise gewesen ach tut mir leid Leute ne achso ich bin jetzt unbesiegbar was bringt mir das Mann also tut mir leid Leute für den leisen Sound aber aber ja man muss mal leben tut mir leid ich gehe da durch ach super perfekt man ach geil das ist ja richtig scheiße ich verstehe nicht wie man das machen soll das mal ohne Spaß die Blöcke kann man nicht zerstören das geht nicht vielleicht muss ich einfach mal weiter vielleicht muss ich einfach mal weiter ich hätte nicht muss jetzt irgendwie weiter und dann ich bin also gib mir den Pilz das bringt mir aber leider auch nix ne ne das ist ein richtiger scheiß na komm ich weiß jetzt was gebracht oder so ja absolut gar nix gebracht oder was was hat mir das jetzt gebracht man ich verstehe es alles nicht man warte ich hab ne Vermutung wenn das die Vermutung ist dann bin ich aber richtig so die ähm aber ja 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 ich glaub schon das ist das ich glaub man hätte einfach weitergehen können und dann hätte man es geschafft ja 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 so ein driss alle Schlammschliffe besiegt hey das hab ich ja sogar das hab ich aber gemacht ich hab alle Schlammschliffe besiegt willst du mich verarschen jemanden übersehen oder was kann sein dass ich jemanden übersehen hab scheiße aber das gibt's doch nicht hätte ich das gewusst ey dann hätte ich das ja ganz easy mit diesem scheiß Wunderpilz machen können ich glaub den kriegt man nie wieder das ist doch ein Witz ey so ne Scheiße wie soll ich die denn alle besiegen das ist ja ne Ketze Aufgabe ne ich ich geh ich geh mich lieber sterben lassen das mach ich auf screen tut mir leid Leute das mach ich auf screen also das könnt ihr mir jetzt nicht erzählen das ist Bullshit over 9000 das ist totaler Bullcrap ich rush jetzt hier durch ist es mir scheiß egal ob ich Game Over gehe oder nicht es ist mir so egal ich werde richtig grad vom Spiel verarscht merkt ihr das denn eigentlich man merkt denn hier irgendeiner irgendjemand dass ich hier grad vom Spiel grundlos verarscht werde merkt das denn keiner merkt das denn keiner meine nein das wollte ich überhaupt nicht ja fick dich geh nicht umbringen geil das wird ein toller Part ich merke schon ich hoffe man kriegt nicht diese blöde scheiß Loser auf kack nee ich lauf jetzt einfach hier lang ich lauf hier lang und versuch mich jetzt einfach hier nicht treffen zu lassen wie auch immer ich das jetzt überlebt hab ich hab's überlebt das soll ich muss sich aufpassen dass dass ich da dann nicht so ne Scheiße baue so hier alle schön mal töten die mir was haben vor oh Junge das war knapp so jetzt hier einfach nein wie du hast er das gemacht wieso hast du das gemacht wie du hast du das gemacht Mann wie du hast er das gemacht tot enttäuscht mich jetzt nicht oder tot geht meine Güte Todett es muss musste jetzt sein musste das jetzt sein dass du diesen blöden Hebel drückst was beide dass wir das nicht wollen okay okay ein letztes Mal hoffentlich dass ich den blöden Hebel nicht drücke oh Gott jetzt komm ich ja nicht vorbei ich renne okay nicht den Hebel drücken sehr gut gemacht Ficke das kann nicht wahr sein das kann nicht wahr sein ey das ist ein Scherz na komm dann bringe ich heute euch halt alle um ich auch hau überhaupt nichts gegen mann so ne Scheiße oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott oh knapp knapp knappi 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 okay das hat wieder geklappt der cool Glitch dass irgendwie die Schlammschlöfer hier ein bisschen rumbacken aber was ich jetzt überhaupt nicht cool finde dass ich hier nicht weiterkomme das finde ich überhaupt nicht lustig Mann das kann es doch nicht wahr sein hier du hast mir nix an bitte bitte danke du spaßt geht weg hier muss man sich ja einmal treffen lassen um weiterzukommen quasi und nicht nur einmal leider komm dann tötet ihn nicht mehr Pils her Münzen her oder ziehen das gibt mir nur einen Monat das gibt mir nur einen Monat das erklärt immer noch nicht die Frage wie ich an diese dummen Scheiß daran komme wie denn man ich fragte überhaupt keine Ahnung man wie scheiße scheiße man ich habe überhaupt keinen Plan wie man ich habe überhaupt keinen Plan wie man oh nein ich sehe schon kommen ich wiederum feide wie sonst was scheiße wie wie man wie man ich sehe hier keine Lösung wie die auch Leute das können die mir jetzt nicht erzählen hier so eine Scheiße man packt erstens durch diese ganzen dummen Scheiße durch dann komme ich nicht mal hier ran oder was was ist denn das hier was ist denn das Mann kann ich auch von komme ich vielleicht sogar von da sehe ich das von da das heißt ich kann es von da und ich mag sie werden aber nicht gehen die zu lang umbringen dass ich alle ich wenn es einfach den Part okay wenn ich auch dieser Fähig Partie von Captain Toad der Töcke gefallen hat schon ich bin von Daumen nach oben ich kümmere mich jetzt mal um diese Level und schauen wir weiter und das ist absoluter Känzer und ich kann es nicht verstehen warum dieses Level war